Die kleinste Vollformat-Kamera, die es derzeit auf dem Markt gibt, ohne Frage, das ist die Sigma FP. Wie man merkt, damit ist die Zielgruppe zumindest beim Filmen schon mal relativ klar definiert. Sie ist perfekt für so einen Gimbal, da ist das Gimbal sogar schon fast groß dafür. Aber sie ist auch gleichzeitig eine gute Fotokamera, 61 Megapixel ist ja schon mal eine Ansage. Und insgesamt hat sie natürlich ein paar Vor- und ein paar Nachteile, die sie sich mit dem kompakten Gehäuse eben erkauft. Und was es genau da zu sagen gibt und auf was es ankommt, das haben wir ermittelt. Nicht nur hier in diesem Video, wenn ihr es noch ausführlicher haben wollt, in der Videoaktiv 421. Und was wir jetzt brauchen, bevor wir weitermachen, ist ein Daumen hoch und dann schaut weiter. Ein kompaktes Gehäuse führt bei der Sigma FP dazu, dass sie ein festes Rückendisplay hat. Und wie ihr jetzt sehen könnt, seht ihr nichts. Und genau so geht es natürlich demjenigen, der das Gimbal hier bedient, eben auch. Man muss immer so eher ein bisschen drunter schauen oder so von oben schauen, wie es geht. Geht jetzt mit diesem Gimbal hier sehr gut. Da habe ich mich auch schon gut eingecroovt mit dem. Nichtsdestotrotz ist ein Display, das man verstellen könnte, natürlich von Vorteil. Bietet sie aber nicht. Als nächstes, sage ich mal, fällt auf an der Kamera die großen Tasten, die sehr schön sind, auch sehr haptisch sehr schön sind. Und nichtsdestotrotz, es sind sehr wenige und man muss sehr viel übers Menü einstellen. Das Quick-Menü, das haben wir uns individualisiert. Und was wir da draufgelegt haben, das zeigen wir euch jetzt einfach mal. Normalerweise legt Sigma hier auf die ersten drei Punkte das Format, die Bildwiederholrate und nochmal irgendwas hin. Auch egal, was ist. Alles drei braucht man nicht. Was man tatsächlich braucht, ist die Audio-Aussteuerung. Und die Audio-Aussteuerung, und man merkt das jetzt auch schon, auch so ein Kritikpunkt ist kein Touchscreen. Aber wie auch immer, manche mögen es ja auch nicht. Da kann man jetzt hier direkt steuern. Allerdings, und das verstehe ich nun überhaupt nicht, man steuert damit zuerst mal nur den ersten Kanal. Wenn man dann beide verkoppelt, kann man auch eins oder zwei steuern. Aber ich kann nicht den zweiten Kanal auf ein weiteres Quick-Menü legen. Das geht also nicht. Dann muss ich wirklich ins Menü runter. Und da sind wir bei einem weiteren Schwachpunkt. Um in das Menü zur Aussteuerung zu machen, brauche ich fünf Klicks. Drei Menü-Ebenen muss ich nach unten gehen. Das Menü ist von der Struktur her nicht ganz ideal. Als zweites habe ich mir hier auf das Quick-Menü die Belichtungskorrektur gelegt. Und als drittes habe ich mir hier noch draufgelegt, eben entsprechend das Peaking, damit ich die Schärfe beurteilen kann. Das Display an sich ist mit 700.000 RGB-Pixeln relativ gut in der Auflösung, aber halt doch klein. Und entsprechend muss man da sich eben irgendwie was für die Schärfe beurteilung noch dazu basteln. Da ist das Peaking tatsächlich eine gute Lösung. Alternative ist, man schließt einen Monitor an. Dazu gibt es hier so einen kleinen Adapter, kostet 129 Euro, ist ein kleiner Adapter, ist ein richtig massives Metall, wird hier draufgeschraubt, bietet obendran den intelligenten Zubehörschuh, also auch für den Blitz geeignet. Und bietet hier eine Zugentlastung fürs HDMI-Kabel. Wem das noch nicht reicht bei der Bildbeurteilung oder andersrum im Sonnenschein arbeitet, der nimmt hier diesen elektronischen Viewfinder, also einen Sucher. Auch der kommt hier dran. Das ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt es einfach hier und steckt es hier drauf, hält den Hebel fest und wird dann anschließend festgeschraubt. Funktioniert gut und der Sucher ist von der Auflösung her auch sehr schön. Die, ja, sag ich mal, ruckelige Darstellung, also auf gut Deutsch, wenn ich durchgucke, ein Auto fährt durch, dann fährt das Auto nicht durch, sondern macht das Auto nicht durch, das will ich hier eher nicht haben. Entsprechend finde ich den Sucher mit 649 Euro relativ teuer. Was natürlich bei so einer Kamera immer wichtig ist, ist die Lichtstärke. Das ist ein Bayer-Sensor, der, so Sigma, relativ rauschfrei ist. Was man davon halten kann, das könnt ihr wieder bei unserer üblichen Belichtungsreihe sehen. Und anschließend machen wir dann noch was zum Autofokus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben heute ganz schlechtes Wetter, von daher ist es eigentlich kein gutes Beispiel. Aber vom Prinzip her brauche ich bei der Kamera natürlich sehr häufig einen ND-Filter. Den haben wir jetzt mal hier vorne drauf gemacht. Da wird es auch noch demnächst einen Test geben. Viel interessanter ist das, wie ist das mit der Schärfe bzw. der Unschärfe. Weil man möchte ja eigentlich, wenn man mit Vollformat filmt, die Unschärfe haben. Funktioniert natürlich toll, auch mit dieser vergleichsweise günstigen Optik. Was ein bisschen die Problematik ist, ist der Autofokus. Wenn ich mit Blende 2 filme, wie ich es hier mit dieser Optik machen kann, dann ist der Autofokus mir deutlich zu nervös. Er fährt relativ gern oder relativ häufig übers Ziel hinaus und ruckelt sich dann irgendwie wieder in den scharfen Bereich zurück. Ich habe die Kamera jetzt im Rekordmodus laufen. Man sieht auch nur so obendrauf ein ganz kleines Lichtchen und hinten ein kleines Lichtchen. Ich habe sie im Moment mit dem flachen Profil, sprich ganz alle Filmstile rausgenommen. Und ich lasse sie leicht überbelichten. Autofokus ist aktiviert, Gesichtskennung ist aktiviert, Augenerkennung ist aktiviert. Und was ihr jetzt seht, das ist der Marius, der jetzt als Motiv herhalten muss. Und dem ich jetzt auf die Pelle rücke und dann auch wieder weggehe, um einfach zu zeigen, was macht der Autofokus. Und man sieht schon, der arbeitet schon, aber ich habe jetzt auch die Blende 4 eingestellt. Und das Ganze wiederholen wir jetzt einfach nochmal, indem wir die Blende nach oben stehen. Die Blende also weiter öffnen und damit jetzt bei Blende 2 dasselbe nochmal wiederholen. Ich rücke dem Marius nochmal auf die Pelle. Und man merkt, jetzt ist der Autofokus schon deutlich irritierter. Und das machen wir jetzt auch nochmal von der Seite. Und ja, dann hat der Autofokus immer noch eine gewisse Chance, wenn ich mich langsam bewege. Aber so langsam wie der Autofokus ist, kann ich mich am Ende gar nicht bewegen. Eine der Einschränkungen, wenn man zumindest das mit anderen Neuerscheinungen im Moment vergleicht, der Sigma FPL ist, dass sie leider nur mit UHD in 25 oder 30 Bildern aufzeichnet. Und das ist immer noch gut. Wir drehen sehr viel mit 25 Bildern. Von daher kann man damit schon arbeiten. Aber wenn es um Action geht, wenn es wirklich, sage ich mal, um eine Bewegungsauflösung geht, dann braucht man 50 Bilder. Mein Step-Up wäre ganz klar jetzt eine Kamera mit 50 Bildern in der Sekunde. Nichtsdestotrotz hier auf dem Gimbal ist ja natürlich durchaus ein Argument für Virtual. Mal ganz ehrlich, das Gewicht ist ein Argument, wenn man den ganzen Tag damit arbeitet. Eine der großen Vorteile der Sigma FPL ist, man kann sie als Webcam benutzen. Das heißt, man kann sie direkt an den Rechner anschließen und zwar per USB-C direkt andocken, ohne irgendwelche Adapter und hat damit zwei Vorteile. Man hat die Unschärfe im Hintergrund, indem man die Blende weit öffnet und damit die ganze Unordnung im Büro ausgeblendet. Und als zweites, man kann natürlich auch noch einen Bildstil drüber schmeißen, zum Beispiel den Syneton, sodass man dann wirklich auch einen sehr eleganten Kommunikationsstil reinbringt in die Kommunikation mit anderen Teilnehmern, also sprich beim Videomeeting. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr großer Vorteil. Allerdings, dazu gesagt, natürlich Full-HD-Qualität, nicht in 4K, was die Kamera ja sonst kann. Wir waren mit unserem ganz jungen Redaktionshund mal draußen und haben gleich mal ein paar Aufnahmen mit dem Gimbal gemacht. Schaut es euch an. Die Sigma FPL, die haben wir intensiv getestet, aber der Test, der ist noch nicht rum. Wir werden sie jetzt tatsächlich bei uns ins Produktionsequipment mal integrieren, um einfach in der Praxis nochmal zu schauen, wie sich die Kamera bewährt. Da wird es in jedem Fall nochmal einen Nachklapp geben. Insofern freue ich mich, wenn ihr dranbleibt bei uns. Gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, vergesst nicht das Glöckchen, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Ganz prinzipiell freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr auch Kommentare drunter schreibt, denn nur so kriegen wir ein besseres Ranking im Algorithmus von YouTube und das brauchen wir natürlich. Und ich freue mich, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid und ich sage einfach mal Tschüss.